Ich habe am 15.05.2021 eine Hörmüllung bekommen und konnte seitdem meine linke Armseite nicht benutzen und gleiche die Funktion mit der rechten Körperhälfte auf. Also mir als Ergotherapeutin ist ja am wichtigsten die Selbstständigkeit im Alltag und das ist auch unsere Herangehensweise. Wir suchen uns die Aktivitäten des Alltags, wie beispielsweise das Essen, selbstständig zu essen mit Bestenken und trainieren die Funktion der Hand und der oberen Extremität beim Essen. Bei der Befundaufnahme Ende Februar dieses Jahres haben wir festgestellt, auch im interdisziplinären Team mit unseren Kollegen, dass es noch Funktionen im linken Arm des Patienten gibt. Speziell auch leichte Funktionsansätze in der Hand und haben gemeinsam mit dem Patienten Ziele für unsere Reha vereinbart. Unser Ziel ist es, die linke Hand so weit zu fördern, dass sie im Alltag unterstützend selbstständig eingesetzt wird. Im Rahmen unseres Frühstückstrainings und anschließenden Haushaltstrainings konnte unser Patient die Haltefunktion der Hand steigern. Er kann griffverdicktes Besteck selbstständig halten, kann auch schon etwas den Arm anheben. Nach dem Frühstückstraining räumen wir mit dem Patienten gemeinsam den Tisch ab, wischen den Tisch ab und hier wird trainiert, die Haltefunktion im Alltag weiter zu schulen, so dass abwaschen, abtrocknen, wie manuell möglich wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017